und das immer wieder jetzt was passiert jetzt leute hallo ich bin auch wieder da und wir werden jetzt da da liegt noch immer immer noch gucken was dazu abgeht wir ergötzen uns an der schönen klassischen musik der mörder mit der kamera ja da steht doch jemand das ist ein kunstwerk vielleicht kann ich was dazu nein verrückt okay okay smile for me also ich ich lächle richtig ihr müsstet uns jetzt mal sehen wie wir lachen lilly maus wo ist marshmallow hey du weil er macht schon wieder hey digger hallo das ist sein auge na dann tschüss sehr gut das war dumm das war dumm ah das war dumm der war dumm shit ah das war doch gut naja da haben wir jetzt doch ein bisschen gespart gut aber ich weiß wer ihn hat und er hat selbst für diesen ort unglaubliche kräfte aber er ist weg ich glaube da kann ich ihnen helfen ich habe meine unbekannte frequenze empfangen oh sie kommt aus dem rathaus oh gut wo liegt das da oben sehen sie das gebäude mit dem großen uhrenturm ja das ist es das muss nie verkehrt rum ich darf denn hochkommen das fragt man sich kommen sie her dann erkläre ich es okay bin unterwegs wir wollen nichts die hat rausgemacht ich mag den nicht magst du den den O'Neill ja den Mobi für Arme und jetzt los hey das sind alle von derselben Marker die Autos hallo was guckt denn der so schräg stimmt irgendwas mit dem nix nix mit dem gar nix stimmt mit dem resonanz resonans verstehe nicht resonanz 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 Hörst du es? Oh. Was ist da? Vorsicht auf dem Dach kann auch manchmal wieder sein, ne? Ja, ja. Da, da. Okay. Habe ich jetzt nicht Angst. Da. Ja, dass sie mir nachkommt, ja? Ach, das ist sie. Ja. Eine von denen, da drüben steht die andere. Der war gut. Der war nämlich im Kopf. Jetzt hat es auch so funktioniert, oder? Ja. Keine Ahnung warum. Ja, das ist die automatische. Das war jetzt wirklich gut, dass das ging. Oh ne. Fuck. Scheiße. Na. Ist auch gestorben. Shit hey. Alles was ich mir vorher erspart hab. Ja. Ist halt auch schweine laut, ne? Die Sniper. Oh. Shit. Axt. Axt. Toll dir die Axt. Die Axte sind wirklich gut. Ja, die sind gut, ja. Aber die drüben, die kannst du trotzdem lassen. Die will nichts. Oh, alles leer. Das war jetzt zensichtlich Scheiße. Shit. Das sind immer noch Leute, die dich... Haben wir uns die ganze Gel-Schrauben, Kurt? Die was? Das ist Gel. Ich weiß es nicht. Ja, wenn wir schon... Tausende umbringen. Ja. Ich glaub, die hatten gar nichts. Die Oli da unten ist noch... Warum rein? Hier unten liegt Gel, sich so sieht. Ja. Ne, ist überall wieder welche. Aber von uns sind wir durch die Kasse gelaufen, deswegen. Das wird die auch machen sollen. Ja, wo die... Da ist die aber, ne? Ja, ich weiß. Und das habe ich kein Sniper gemacht. Ah, ne, ne. Ein Schuss. Das reicht nicht. Die ist aber links rein gelaufen, also du könntest... Ich würde es nicht machen. Okay. Da würde ich mich lieber mit normalen anlegen, als mit der. Ja. Alles wieder verballert. Scheiße. Ja. So schnell kann es gehen, gell? Aber der hat ja in seinem Lava immer schön Munition. Zum Glück. Ja, das ist ja mir ärgerlich ein bisschen. Aber ein bisschen grünes Gel wenigstens. Ja, genau so. Man muss so sehen. Ja. Zeig mir deine Zitruszahme. Immerhin. Da ist noch was. Sicherung. Die Tür der Taunen. Und da noch mal. Kaffee kann man trinken. Da guckt da der Mobi für Arme. Ja, immerhin. Da gibt's doch wieder. Ein bisschen Levers. Also heißt nichts. Keine Ahnung, ob gut das richtige Wort ist. Aber hier bin ich. Also, wie komme ich jetzt zum Rathaus? In Union gibt es eine Art Backstagebereich, von dem Osmobius die Probanden heimlich beobachten konnte. Die meisten Durchgänge sind noch intakt genug, sodass man die Risse umgehen kann. Aber Teile der Stadt schweben in der Luft. Wo sind denn da Tunnel? Das sind Durchgänge, keine Tunnel. Wenn sie sie benutzen, wechseln sie im Grunde die Ebene. Er sagt immer nein. Ach, aber jetzt war da mal ja. Na klar. Der Markt. Dieser Markt. Dieser Markt. Ich markiere den Port. Er ist im nördlichen Unterschlupf. Sieht wie ein normaler Computer aus, ist es aber nicht. Ich gebe Ihnen das Passwort für die Aktivierung. Wenn Sie drin sind, folgen Sie der Markierung zu Ausgang B2. Das sollte Sie direkt zum Rathaus bringen. Das hätten Sie mir auch per Kommunikator sagen können. Vielleicht, aber dann hätten Sie die hier nicht. Die Durchgänge sind okay. Der Zusammenbruch hat probiert. Das wird verursacht. Laut meinem Kommunikator versperrt ein Gasleck den Weg zu Ausgang B2. Kann ich mir nicht vorstellen. Ne. Die Schwerste Maske ist tatsächlich. Gas. So, das gibt es heutzutage gar nicht mehr. Ne. Von dir nicht. Wir wollen nur deine Gasmaske, du Idiot. Du Idiot. Willst du noch einen Kaffee? Ja, schauen wir mal. Und speichern, danach bitte. Ja gut, ja. Capital Four. Heißgeil, direkt aus der Maschine nach Hause ist ich komplett rein. Der kann nicht so heiß sein. Was steckt denn der eigentlich da rein? Mit längeren 9 an, oder? Ja. Ihr seid ein Kommunikator. Machen wir jetzt immer einen 9. Hm? Machen wir jetzt bitte immer einen den 9. Ja, ich glaube auch. Sicher ist sicher. Ja. Mann, Mann, Mann. Das ist immer nix. Was ist da los? Woher denn auch? Ich dachte, wir hätten was gefunden. Ja, 30. Abruhenbreißen. Abruhenbreißen. Und Rauch. Macht beide. Na gut. So, dann gehen wir mal zum Mark, wa? Zum Mark? Dieser ominöse Mark? Was ist mit ihm? Deutscher Mark. Magta Renzi, hab ich gedacht. Durch Mark und Bein. Ja. Ja. Das Fenster ist ja kaputt. Verrückt. Keine Flasche. Das ist deine Flasche. Haben wir das nicht vor uns auch schon gesagt an der Stelle? Wahrscheinlich. Das sage ich öfter. Du bist deine Flasche. Das ist wirklich da. Ich dachte nicht. Das war das. Diese dumme Stelle. Scheiße. Wo dann niemand kam. Nee. Der kam vor uns auch. das war weiter vorne dann hier ist wieder ein raum mit einer werkbank vielleicht ist da was dich hat einer gesehen ich gehe da rein ich glaube auch dass man da schon waren aber man kann ja mal gucken bringt das was wenn man die tötet weil ja im schießstand ja aber ich gebe da jetzt keine muni dafür kannst du ja mal probieren zu verklappen wenn man die großen gegner schon nicht trifft das wird den kleinen nicht unbedingt besser sein gibt es nicht mal eine türen ich sehe jetzt wieder genau wo der tür da nicht gut ach auf den baum auf den baum war er die so ein kriecher lad doch deine stamina jetzt auf das macht er nur sehr langsam wenn du läufst das war die bessere entscheidung das war die bessere entscheidung so hat es der philip auch gemacht aber er hat nicht so lange gebraucht da ist doch der mark das ist doch der kennt man sagt was hier läuft Ich wollte gerade noch einen Kaffee trinken. Kannst du mich hören? Laut und deutlich. Was hast du für mich? Die gute Nachricht. Ich habe O'Neal gefunden. Und er konnte mir Hinweise auf Lily geben. Großartig. Die schlechte Nachricht. Union fällt buchstäblich auseinander und ist größtenteils von Leichen und Monstern bewohnt. Und dieser Psycho, den ich erwähnte. Der mit den Kräften, die er nicht besitzt sollte. Psycho. Ich bin auf dem Weg zum Mark, von dem du mir nichts erzählt hast, um zu ihm vorzustoßen. Tut mir leid, dass wir vorher keine Zeit für ein Briefing hatten. Aber wir dachten nicht, dass es so ist. Der will bei Mark zustoßen. Die will schon wieder Briefe schreiben. Nein, schlimmer. Nein, schlimmer. Okay, beruhig dich. Genau, da war sie tot. Ich kann nicht. Welche Infos für diese Person? Männlich, etwa 1,77 Meter, schwarze Haare. Hält sich für so eine Art Künstler. Das ist nicht wirklich hier. Das ist ein Künstler. Nein, er hält sich für so eine Art Künstler. Melde mich später. Der hört klassische Musik und ist Fotograf. Das muss er überreichen. Und der Rest ist Privatseiler. Ist privat. Ob der nur Leute rumbringt. Der wird heute nicht mehr schlafen. Wie ein Kaffee sich der reindannert. Ich schweige jetzt nochmal. Jo. Tut uns leid, dass jetzt die ganzen Speicher-Dinger auch immer miterleben müssen. Aber wir gehen jetzt lieber auf Nummer sicher diesmal. Ja. Das ist also der Computer, von dem O'Neill gesprochen hat. Das ist auch. Probieren wir das Passwort. Mhm. So. Und wenn der Ladebit schon zu Ende ist, starten wir die nächste Folge. Das denke ich wohl auch. Die Spannung steigt. Die lädt ins Unermädliche. Zum nächsten Mal. So ist es. Tschüss.